So, wir gucken uns jetzt mal den YouTuber Celtics, aka Celtics ist ja seinen Reaction-Kanal an. Auf seinem Reaction-Kanal hat er ein Video geladen, 30 Tage Reaction-Videos, wie viel habe ich verdient? Er macht wirklich auch erst seit 30 Tagen, glaube ich, diese Reactions und hat er jetzt durchgezogen und ich habe auch gesehen, als hat die Videos hier gingen richtig gut ab. Also hier 74.000, 32.000, 43.000, 12.000, 31.000, 13.000. Das ist für einen neuen Reaction-Kanal, Realtalk richtig, richtig strong, also richtig gut. Gut, hier ist ein richtiger Einbruch gekommen, sehe ich. Also hier 24.000, 7.800, 5.500, 7.700, aber wenn man mal die Videos hier so sieht, 30.000 Aufrufe, 32.000, das ist sehr stark. Alter, das kommt, das sind schon teilweise meine Hauptvideos, die Erde einfach so raushaut, das ist schon sehr, sehr stark. Ich würde sagen, wir gucken uns das jetzt einfach mal an, mal schauen, wie viel er damit verdient hat. Ich kann euch einfach sagen, ich habe jetzt in den letzten 30 Tagen mit meinem Incaf-Kanal knapp über 40 Euro verdient. Ja, also es ist, das ist auf jeden Fall schon sehr gut, Kappa. Also was geht ab, Freunde? Heute mal ein etwas entspannteres Video, keine Reaction oder sonst was, sondern einfach nur gechillt reden. Und ihr habt schon den Titel gelesen, heute werde ich euch zeigen, wie viel ich in 30 Tagen mit Reactions verdient habe. Also eigentlich war das von Anfang an ein Experiment, aber ich habe jetzt gemerkt, boah, mit dieser Scheiße kann man dumm viel Geld verdienen. Und deswegen mache ich das jetzt auch weiter. Ich kann euch auch sagen, bei mir ist tatsächlich, warte mal, ist das hier direkt mein Dashboard? Hier ist direkt mein Dashboard. Okay, ich zeige euch mal ganz kurz, was ich damit verdiene. Also, ich habe einen geschätzten Umsatz von 46 Euro in den letzten 28 Tagen, habe 89 Abos dazu bekommen. Ich bin auch, hier habe ich bislang die letzten Wochen kaum Videos hochgeladen, muss ich auch an der Stelle sagen. Aber ich verdiene tatsächlich generell nicht ganz so viel Geld. Liegt aber auch daran hier, zum Beispiel sowas hier, da bekomme ich halt kein Geld. Gerade wenn das Video nur 1800 Aufrufe macht oder so, oder 1800 Aufrufe generell nur macht. Ist das nicht viel? Bei den Analytics, wenn ich mal jetzt auf Umsatz gehe, habe ich trotzdem einen 4er RPM. Das ist nicht schlecht. Also einen 4er RPM zu haben, das heißt, ich mache pro 1000 Aufrufe 4 Euro, das ist wirklich nicht schlecht. Kann man sich jetzt wirklich nicht beschweren. Ich kann mal gucken, wie es im Oktober bei mir war. Da hatte ich sogar 4,40 Euro und im September hatte ich 3,22 Euro. Also man sieht dann trotzdem, es geht weiter bergauf mit dem RPM so im Lauf oder mit dem CPM im Laufe der Monate. Und ja, hier war der Umsatz auch noch ein bisschen höher. Jetzt ist mein Umsatz echt ein ganzes Stück gesunken. Gigi, an der Stelle hier nur 60 Euro. Also, das wird mir nicht mal ausgezahlt. Ab 70 Euro wird das erst ausgezahlt und das ist natürlich schon stark. Guck mal, ich habe jetzt diesen Monat 4 Euro eingenommen. Einfach 4,40 Euro in diesem Monat. Wir haben jetzt den 9.11., als ich das aufnehme. Das ist schon sehr stark. Wir gucken mal, wie es bei ihm ausschaut. Also bei mir lohnt es sich gar nicht. Die Reaction lohnt sich nicht. Aber wenn ich jetzt halt aktive Reactions raushauen würde, so jeden Tag eine, keine Ahnung, dann würde es sich wahrscheinlich noch mehr lohnen. Aber auch natürlich, weil es euch gefällt und weil es mir Spaß macht. Und ich will nicht lügen, es ist einfach eine krasse Einnahmequelle. Also warum nicht so? Krass, krass. Ich bin gespannt. Ich muss ja irgendwie mal überhaupt, wie wir es finanzieren können. Und das ist halt eine supergeile Einnahmequelle. Und ja, ich denke, ich muss das euch nicht erklären. Erstmal vielen, vielen Dank für euren Support. Flasht mich mega, dass viele Leute sich sogar für meine Reactions interessieren. Und das ist halt krass. Wirklich, ich finde es mega krass. Und hätte ich davon nie... Okay, wir skippen jetzt mal ein bisschen vor. ...Abonnenten und wir haben in den letzten 30 Tagen wie viele Videos gemacht? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 18 Videos in 30 Tagen. Und ich wollte eigentlich jeden Tag machen. Habe es natürlich nicht geschafft. Aber 18 Videos ist schon mal krass. Und davor halt jetzt hier noch Original Content, was auch sehr gut geklickt wurde. 72.000 Euro für 72.000... Krank, hätte ich auch niemals gedacht. Aber auch hier diese Zahlen. Ihr seht das hier. Gerade hier in diesem Chapter oder hier. Also überall eigentlich. Auch hier. Also ich bin mit allem zufrieden. Wie gesagt, ich achte da eigentlich gar nicht drauf auf dem Zeitkanal. Und ich habe natürlich auch hier die Thumbnails ausprobiert. Hier in der Mitte. Kam gut an. So Thumbnails. Also keine Ahnung. Und wenn wir jetzt mal aufs Studio gehen, sehen wir hier schon direkt die Zahl. What the hell? Leugnen oder... Ach, laber nicht. Der hat damit 414.000 Aufrufe im Monat und 1700 Euro gemacht. Junge, 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 Junge. Das ist brutal stark. Das ist brutal stark. Und Reaction-Kanal. Und Reaction-Kanal. Also das interessiert zu 0% einen YouTuber. Viele sagen immer CPM, CPM. Aber das interessiert niemanden. Das ist das Eigentliche, worum es geht. Du bekommst pro 1000 Klicks wirklich 4,25 Euro. So das hier ist, wenn du alle Ad-Blocks mit einbeziehst. Also alle, die eigentlich einen Ad-Block haben und sich das Video anschauen. Da würdest du 8 Euro bekommen. Ja, hätte keiner einen Ad-Block. Wenn aber die Leute einen Ad-Block haben und die Werbung dadurch nicht schauen, bekommst du halt das. Ich habe schon bei vielen anderen YouTubern gesehen, dass viele Reaction-Leute auch ein 10er-RPM haben. Was auch nochmal krass wäre. Wenn ich ein 10er-RPM hätte, 3000 Euro auf einem Zweitkanal ist schon heavy. Aber die RPM ist hier ähnlich wie beim Hauptkanal. Keine Ahnung, warum das bei mir so niedrig ist, während andere so viel bekommen. Aber ich beschwere mich nicht, Leute. No joke. Das ist auf jeden Fall sehr, da ich verliebe das Geld. Hier, guck mal. 200 Euro mit einem fucking Video. Man muss an der Stelle auch sagen, bei Reaction-Content ist es ja auch kein Aufwand. Du machst ja nichts. Du guckst dir ein Video an, manchmal auch so im Stream. Du guckst dir ein Video an. Du streamst ja so oder so. Du hättest es so oder so angeguckt. Lest es auf YouTube hoch und verdienst dann nochmal vielleicht so um die 200 Euro. Also 200 Euro einfach so mitnehmen für eine Reaction ist geisteskrank. Und deswegen, ich finde auch die Idee, dass man den Creator, auf dessen Video man reagiert, dass man denen da auch einen Teil abgibt, fände ich eigentlich sehr, sehr sinnvoll. Die gefährlichste Straße Deutschlands. Das Video hat jetzt 42.000 Aufrufe, 4,69er RPM, 200 Euro mit einer Reaction. Wie lange habe ich dafür gebraucht? 20 Minuten aufgenommen, 30 Minuten gecuttet. Nicht mal eine Stunde für 200 Euro. Und das ist krank. Das ist wirklich krank. Und das hat mich echt schockiert und macht mich echt auch traurig. Alle Videos hier halt so ähnlich. TikTok-Videos. Ja, und deswegen kann man ja auch denken, es wird auch oft auf Celtics reagiert. Und ja, diese Reactions, die werden mehr Geld machen als seine Hauptvideos. Obwohl die Hauptvideos echt sehr beanstrengend sind und aufwendig sind. Das kam gut an, also wo es halt um TikTok ging. Dubai, die traurige Wahrheit, war auch ein sehr interessantes Video. War auf jeden Fall sehr cool, das mal mit anzuschauen, wie das läuft mit den Reactions und sowas. Was mir auch sehr aufgefallen ist. Ich habe glaube ich, ja stimmt, ich habe viel mehr, nee, zwei Videos mehr eigentlich noch gemacht. Oder drei. Aber hier wurde eines eingeschränkt bis heute. Ich weiß nicht warum. Ein Video von Wissenswert. Also ihr seht es gar nicht. Hier, er überlebt 44 Tage ohne Essen. Eingeschränkt. Keine Ahnung warum. Und ganz, ganz viele Videos wurden gelb. Also keine Ahnung. Hier die peinlichsten TikToks der Welt. Auch nicht monetarisiert wegen Copyright-Musik. Das habe ich nicht beachtet. Ich musste ein Video von Leeroy löschen wegen Funk. Es gab auch Videos, die gelb wurden. Junge, und der hat ja trotzdem so viel Geld bekommen. Obwohl der manche Videos gar nicht online stellen konnte. Oder die werbeunfreundlich waren. Das ist schon, also wirklich, das ist schon heftig. Das zeigt mir einfach so, also ich kann es komplett verstehen, wenn Leute sagen, Alter, ich reakte auf Videos und bekomme halt damit gut Geld. So, warum sollte ich es nicht mitnehmen? Also für mich macht es eigentlich auch Sinn, viel öfter zu reagieren. Es macht viel, viel mehr Sinn, weil du damit halt möglicherweise viel Geld bekommst. Guck mal, ich hätte ja auch, ich hätte ja auch einen, ja gut, im November habe ich einen 2,5 RPM. Aber das ist jetzt auch ein bisschen verfälscht aufgrund dessen, dass mein ein Video da werbeunfreundlich war. Aber ich hätte wahrscheinlich auch einen 4er RPM. Das heißt, pro 1000 Klicks sind es 4 Euro. Aber ich nehme das halt einfach nicht mit. So, erstmal, gut, ich muss auch sagen, meine Klicks auf meine Videos hier auf dem Incaf-Kanal ist jetzt auch nicht hoch. Ihr seht es nicht so, dass ich irgendwie fünfstellige Zahlen da erreiche, dass es nochmal mehr lohnen würde. Aber warum sollte man auch nicht die kleinen Sachen so mitnehmen? Es macht eigentlich absolut Sinn. Problem ist halt immer nur, ich konzentriere mich viel zu sehr auf meinem Hauptkanal, weil wenn ich dort ein Video mache, das dauert halt über 8 Stunden. Und wenn ich da jeden Tag an einem Video sitze, da dauert das natürlich auch so ein Stück. Und dann hast du keinen, da hast du keinen Bock noch extra Reaction-Videos aufzunehmen. So, heute zum Beispiel habe ich mal, so, ich weiß gerade nicht, was ich als Hauptkanal Video nehmen soll. Deswegen bin ich heute mal so ein bisschen, ja, ein bisschen auf einer anderen Welle und sage mir einfach, weißt du was, ich reagiere so ein bisschen auf Videos, hab da auch gerade Bock drauf und probiere es auch mal. So, vielleicht mache ich auch mal ein Experiment, wo ich jeden Tag ein Reaction-Video raushaue und dann gucke ich, wie viel ich damit eingenommen habe. Ich weiß gar nicht, ob sich das bei mir irgendwie großartig auswirkt, ne. Ich hatte zum Beispiel hier im Juni hatte ich noch 97 Euro gemacht, dann Juli 27, dann 39, 65, 60. Das ist halt insane wenig, ja, aber ist halt so bei mir, ne. Ist halt so, da kannst du nichts machen, so, entweder den Leuten interessiert das, ob du halt auf ein Video reagierst oder halt nicht. So, ich bin nun mal ein etwas kleinerer YouTuber, ähm, ja, deswegen geht das trotzdem fit. So, auch meine Aufrufzahlen und so, völlig in Ordnung. Die ich gelöscht habe, aber ich habe das gerade nicht im Kopf. Also auf jeden Fall, man muss echt drauf achten, auf was man reagiert, das ist mir aufgefallen. Man kann nicht auf jeden Scheiß reagieren. Auf Funk kann man obviously nicht reagieren und, äh, so auf asozialere Sachen, ne. Bei Funk wurde ich schon oft gesperrt. Aber ich habe auch schon mal einen Livestream auf YouTube, habe ich mal auf Funk reagiert. Und dieser Livestream wurde direkt abgebrochen. So, ich habe drauf, ich habe draufgeklickt, so eine Minute ging das Video und das, äh, der Stream wurde direkt abgebrochen. Da stand irgendwas mit Privacy, Policy, oh, ja, irgend so eine Scheiße. Und, ach ja, belastende Angelegenheit, ne, ich sag's euch. Deswegen reagiert nicht auf Funk, wenn ihr YouTube-Livestreams macht. So, auf Twitch ist das kein Problem. Ja, aber die Reactions, die funktionieren dann auch nicht. Das ist halt echt derbe mies. Ja, Leute, aber so sieht's bei mir unter anderem aus, ne. Ich hab da, ja, ich scheiß da ein bisschen mehr rein. Würde ich da mehr Videos raushauen, auch so mehr Reaction-Videos und so, dann wird das wahrscheinlich besser aussehen. Aber, naja, ich werde jetzt versuchen, in der nächsten Zeit den Kanal noch aktiver hier zu führen. Werde auch selber die Videos raushauen. Also, Toni, der Cutter von diesem Kanal, der hat derzeit auch nicht immer Zeit. Der hat, äh, sich am Bein verletzt, ne, Knie, äh, Dings, Dings, Kreuzmatris und sowas hat er. Ja, und deswegen wird es so sein, dass ich jetzt diesen Kanal noch mehr oder intensiver da, ähm, weiterführe. Ich hab jetzt schon tatsächlich vier Videos aufgenommen. Und ich denke jetzt einfach mal, dass die vier Videos im Laufe der nächsten Tage alle online kommen. Und ich werde jetzt noch weiter mich am Video setzen. Und, ja, damit der Kanal noch aktiver wird. Und so, darauf hab ich auch Bock. Ich denke, das ist keine schlechte Sache. Und ich hoffe, euch gefällt das natürlich auch, wenn ich hier aktiver bin, ne. Deswegen lasst gerne Bewertung da. Danke schön fürs Zuschauen. Ich würde sagen, haut rein. Macht's gut. Ciao.